So, ich soll jetzt auf den Knopf drücken, hat Herr Sebi gesagt. Herr Sebi? Ich drück. Da hab ich nichts mit zu tun. Gar nichts. Das war ich nicht. Ich sehe hier nur Tipps und da unten läuft ein komisches Alpaka, das jetzt zum Pferd geworden ist und jetzt ist es ein Elefant mit einem dicken Kopf und jetzt ist es wieder ein Alpaka. Und jetzt muss ich Luft holen. Und ich bin nackig. Warum bin ich nackig, Herr Sebi? Das ist man am Anfang. Wo die Frau mit einer entzählt, kann man sich trotzdem bewegen. Das ist irgendwie lustig. Hä? Eine unsichtbare Wand. Ähm, jetzt bin ich weg. Hallo, Oldman LP. Was? Mein Planet ist zerstört? Ob ich mich an die Erde erinnern kann? Ich kann kein Englisch. Kannst du auch Escape drücken. Das ist jetzt wichtig. Oh, hab ich aber eine stolz geschwellte Brust. Ist das wirklich ein männlicher Charakter? Oh, ich kann boxen. Ich bin nur auf den männlichen Charakter. Kann ich so hier hinlaufen? Kann sie boxen? Oh, oh. Ich bin aus dem Bild gelaufen. Hallo. Hallo. Ah! Herr Sebi? Kann man runterfallen? Ja, ich kann hier schwimmen. Sie erzählt hier mit mir. Hallo, was mach ich denn jetzt? Hallo? Hallo? Hilfe? Ich muss schon warten. Ich hoffe, zu labern. Ah. Ich hab den weißen Schein gehabt. Oh, hallo. Ich geh schon mal ins Portal. Tschüss. Kann ich Escape drücken? Ah, jetzt seh ich mich. Hier sind doch Stufen. Da kannst du doch hochklettern. So, join via Steam, join VIP, Host. Ich bin der Host. Du bist der Horst? Ja, und was muss ich jetzt machen? Wenn sie gelabert hat, musst du durchs Portal erstmal laufen. Sie labert noch mit mir. Ah! Ah, jetzt ist sie weg. Ich bin Schwierigkeiten. Ah, Indinator! Wir können enjoy nehmen to play this game with I. Was weiß ich, was das Wort ist. Ohne Frustration, normal, hart oder sehr hart. Äh, ohne Frustration. Ich denke mal, geht das über das Einladung-Ding? Äh, nee. Also, wenn du es Portal läufst, steht ja, äh, join via Steam, join via IP. Ja, join via Steam steht aber noch, dass es, glaube ich, erst noch kommt. Kann das sein? Äh, warte, ich muss gerade kurz gucken. Warte mal, hol die es hier. Enable Steam Networking, empfohlen. Disable to hold, erfreuliche Träume. Oh, ich sehe hier ein Sibi. Starten. Ich habe jetzt Sibi connected. Wenn man das nicht über Steam macht, muss man Ports über den Router freigeben. Aber da wir beide... Der Server loading die Szene. Ich soll warten. Ich kann aber nicht warten. Ich bin alt. Pferd, Elefant. Was? Hast du da unten gerade die Sachen? Ja, jetzt ist es ein Punkt. Jetzt sieht man hier alle meine Freunde. Hallo, Herr Kedos. Hallo, Herr Gumb, Gamble. Hallo, Dominik. Hallo, Kai. Ah, Pferd, Elefant. Jetzt bin ich drin. Jetzt connectet es auch schon etwas länger. Introduction. Willkommen to the world of the craft. Ja, es wurde zerstört. Da, da, da. Genau. Der Server ist time out. Das geht ja gut los. Ah! Ah! Alpaka! Bin ich zu laut? Ähm... Elefant. Entstellen. Pferd. Alt, oi. Okay. Standbild. Altman is trying to join. Oh, Erschieven gleich eingeschaltet. Bewegen. Muss man die Maus kurz schnell erstellen. Sensity machen wir mal auf... 125. Ach, hier kann man durchwählen. Aha, aha. 125. Oh, hier kann man ganz viele Sachen sehen. Du, Herr Sibi. Äh. Hm? Du hast meine Unterhose angebt, die wieder her. Muss meine Maus noch schneller stellen. 150. Hier kommt noch gleich 200. Ja, ein bisschen schneller ist besser. 175. Sollen wir jetzt hier tut... Okay, jetzt können wir schon loslegen, wenn wir wollen. Ja, aber hier ist doch eine Dame. Guck mal, da oben ist das Portal da. Da waren wir, da oben. Da. Hallo? Ich kann mit ihr e-talken. E-talk. Attack. Bap. Ah, 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 ah. Ich hab mir auf die Brust gehauen. Guck mal, die ist weg. Du musst doch fragen, was du machen sollst. Äh, oh. Ja, hab ich gemacht. Oh. Sie hat ein Ei da gelassen. Oh. Oh. Auf... Das krieg ich auch so hin. Ich sollte Feuer drücken. Ey, guck mal, da ist ein Old Man. Lass ihn. Hau mich nicht. Guck mal, der hat ein Ei da gelassen. Schon wieder. Hast du den oben gehauen? Dann mach ich das auch mal. Hä? Der ertrinkt im Wasser. Gebt mir. Gebt mir das Ei. Das Ei. Ah, oh. Das Ei. Ich hab's. Ich hab auch ein Egg. Warum heißen die alte Mann? Äh, ich hab auch ein Ei. Ah. Das Essen. Ah, ah, ah. Ich hab noch ein Ei. Guck mal, hier ist ein Fass. Hier ist ein Fass. Ah, ich hab einen Trank. Oh, guck mal, hier ist ein Fass. Ich treff es nicht. Ich hab nichts. Run. Move and run. Du, guck mal, da ist ein Fisch. Oh. Guck mal, ist das ein... Nee, das ist... Das ist Holz. Ein Holzfisch. Das ist ein lebender Fisch. Warte, lebender Fisch. Warte. Warte. Ach, wenn man gebückt ist, kann man nicht boxen. Herr Sebi, hier ist ein Fass. Oh, ich bin rübergewüpft. Das fasst dich nicht. Ist er auch hier kaputt oder wieder hier nicht kaputt? Ich hab einen Trank. Wimga. Tabulat. Oh, ich hab ne Schatzkiste. Mal gucken, ob die für dich auch da ist. Das würde mich mal interessieren. Achso. Ich bin Level 3. Du auch? Äh... Ich bin Level 3. Siehst du oben links. Aha. Holz. Oh, der hat ne Holz-Axt. Sieht aber nicht aus wie ne Holz-Axt. Sieht irgendwie nach Stein aus. Guck mal, hier ist ne Truhe. Ist die bei dir auch auf? Ja. Schade. Wo macht man das? Äh, Tup. Kommt das gleiche. Äh, Kraft. Ich brauch eine... Ich würde das Holz hier haben. Kraft. Y ist der Skillbaum. Ach, Y geht bei mir nicht. Hä, Y schaltet bei mir was ganz anderes. Wie wähle ich die jetzt aus? Achso. Peace. Das gilt. Hm. Was ist das da? Verstehen. Das ist gar nichts, ne? Ein Stein. Oh. Entschuldigung. Wir sind nackig auf der Insel. Ich sonne grad meinen Pinsel. Wenn du die Waffen auswählen willst, wie die Achse musst du drei drücken. Wenn das mal nicht geht, einfach nochmal drei drücken. Ich hab einfach... Oh, Herr Sebi. Herr Sebi. Oh, nix. Warte, warte. Ein bisschen Stein darf es sein. Hier war ein Hühner. Hey, sag mal. Was? Ist auf die Hühner zu töten. Sowas würde ich nie tun. Töte das Reh da hinten, oder was das ist? Würde ich doch nie tun. Ja, ich muss erst mal... Ich muss auch erst mal gucken. Was braucht man denn für ne Holz? Ah, da braucht man bestimmt fein Bogen, ne? Du, was braucht man denn für MTK? Ich kann nicht erkennen, was ich da... Ach, Stone brauche ich. Wie kriegt denn Stone? Muss ich da jetzt... Einfach auf den Stein kloppen. Einfach hier... Ich nehme jetzt diesen Felsen. Das funktioniert nicht. Nee, die... Ah, die kleinen hier. Oh, jetzt kannst du dir Spitzhacke craften. Sonst krieg ich die Achse so schnell kaputt. Ich kann gar nichts craften. Friedelst du dir da ein? Ja. Du nicht? Guck mal, das hier schon abbauen. Jetzt hab ich was gegessen. Ich wollte eigentlich... Acht. Sechs. Wie krieg ich denn in die anderen Slots was rein oder haben wir nur ein Slot für die Waffe? Nee, unten ist ja die Hotbar. Ja, da komm ich... Wie komm ich da ran? Nichts. Wenn du in den Übertor wirst, ziehst du die Axt einfach unten in die Leiste. Ja, alles klar. Äh... Da, ja... Eck. Eier packe ich mal auf die drei. Material. Kann man die auch woanders hin tun? Nee, kann man nicht. Kann man denn nochmal sein Essensball? Achso, ich hab 100% Essen. Da hab ich noch nichts groß gemacht. Ich hab hier das Inventory und ich möchte jetzt die Eier da raus haben. Dann ziehst du die da unten wieder raus. Ah, hier kann ich das machen. Alles klar. So. 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 Noch ein Ei. Und dann kommt da die Axt hin und da kommt die Spitzsacke hin. So. So lass ich das jetzt erstmal. Und wenn ich jetzt eins drücke, hab ich das. Und wenn ich zwei drücke, hab ich das. Sehr schön. Hier oben sind Tiere. Da ist ein Hirsch. Ich glaube nicht, dass der sich jagen lässt. Guck, der rennt weg. Ich hab ihn einmal angehittet. Hier sind Kühe. Oh, Moschum. Kopper. Ich hab Kopper gefunden, Herr Sebi. So, los für den Tierparadies. Hier oben war so ein brauner Felsen. Oh, da gehen wir nicht hin. Da hinten gehen wir nicht hin. Nein, nein. Da kommt man hoch. Oh, eine Kiste mit Leder. Etat of Transportation. Genau, hier können wir uns zu den anderen Inseln begeben. Müssen wir dann freischalten. Was können wir denn schon alles herstellen? Was ist das? Wie? So zwei Handfackeln. Hilfe, Hilfe. Bist du ins Wasser gefallen? Ein rosa Stein? Was? Oh. Nee, da kommst du noch nicht ran. Wo ist das? Hier waren rote Bären. Die hab ich eingesammelt. War ich das? Eine Werkbank. Hab schon mal einen Verkaufsstand gebaut. Also Markt. Brauchen wir noch ein Altar. Braucht man das? Ja. Wir müssen später Sachen verkaufen, um Geld zu kriegen, um weiterzukommen. Warum kommt da Holz raus, wenn ich auf den Stein klopfe? Ist da Holz da mit drin? Keine Ahnung, was das war. So, wir gucken mal. Wir können eine Fackel bauen. Hast recht. Du kannst uns hier einen Gleiter auch bauen. Ich kann Building Materialien bauen. Wir haben auch Mission. Wee. Was? Hast du was wee gebaut? Ja, warte. Wie kam ich jetzt auf den Baum? Wee. Wo hast du den jetzt her? Kannst du an der Werkbank craften. Ach so, an der Werkbank hab ich ja noch nicht geguckt. Kleider. Ach so, das kann immer nur einer die benutzen, ne? Ach so. Nee, ich frag ja nur. Oder du baust sie ab. Das kannst du auch machen. Das wollte ich aber nicht. Das bist du. Hörst du auf damit? Hörst du mit? Ich. Kleider, tatsächlich. Kraft? Ah ja. Immer nur einer. Stand da gerade. Nämlich Ulbern Kraft. Ja, den brauchen wir ja nachher noch. Aber das müssen wir jetzt nicht alles machen, ne? Das alles doppelt und dreifach, meine ich. Was ist ein kommerzieller? Ach, das ist so ein Werkstand. Und ein Altar hast du gebaut? Und was ist hier? Das ist ja viel wichtiger. Du bist schon Level 6. Frechheit. Wie lange das braucht, bis es erschaffen ist? Mensch, ich hab mal 1% Essen verloren. Jetzt kannst du was bauen. Klauen wir mal ganz kurz ein bisschen Holz. Ah. Ah, guck mal. So, der Altar ist schon mal fertig. Guck mal. Du hast wie hoch. Zu mir. Ah, mal wärm. Ah. Kann ich Eier kochen? Ach, da kann man auch was dran craften? Cool. Da ist noch meine Fackel. Die hab ich nicht genommen. Ich guck mal 6 Eier. Guck mal hier am Altar. Warte, 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 warte. Das müssen wir mal wieder freischalten, damit wir neue Schwerter und neue Sachen bekommen und neue Baumöglichkeiten. Ach so, und die müssen wir jetzt mit Sachen füttern. Der braucht zum Beispiel Holz, wenn ich das so richtig sehe, ne? Kann das sein? Ich kann da nicht reingucken. Drei von zehn Holz. So, und wo krieg ich das jetzt her? Ich hab doch Holz. Das würde ich ihm geben. Ich klicke hier erstmal wild drauf rum. Muss ich mir das erst ins Inventar legen? Warte mal weg. So. Wir haben ja Holz. Dreimal Holz? Ach, ich hab Holz verbaut. Wir brauchen Holz. Hast du noch Holz? Ich hab noch Holz. Ja, der braucht Holz und andere Sachen. Äh, wir brauchen Tierfleisch. Äh, Tierfleisch? Warte mal, ich gucke mal. Hm, nein. Warum hab ich kein Tierfleisch? Ich hab doch, ich hatte doch. Die droppen nicht immer Tierfleisch. Ach, ich hab noch einen Zaun gebaut? Interessant. Äh, Pfeile und Bogen. Ich mach nochmal einen Bogen. Start. Dann hätte ich gerne ein paar Pfeile. Äh, wo kann man das denn einlagern? Hier unten bestimmt, ne? Wo hat denn der das jetzt hingetan? Jetzt sind die da oben drin. Ach, bei Build. Ah. Hab einen Holz dick gemacht. Ich doofkopp. Den Kleider, den lass ich auch noch. Die Fackel lass ich auch noch. Noch mal 20 Pfeile. Ey, Emma. Emma. Emma, bleibst du hier? Ich will dich töten. So, ich will auch. Darf ich? Danke. Wo mach ich denn? Wo? War das mit den Pfeilen? Muss man doch auch ausrüsten. Pfeile kann ich bauen. Pfeile sind equipped. Aber ich kann keinen Bogen bauen. Bin ich blind? Die Pfeile sind nicht equipped. Kann ich denn die Pfeile equippen? Neun. Wo hast du denn den Bogen gebaut? Herr Sebi? Na, an der Werkbank. Ja, da kriege ich keinen Bogen zu aus. Ach, da oben. Was fehlt mir denn? Holz. Ah, hab dich gut. Oh, Bär. Ja, ich hab doch gesagt, da ist ein Bär. Bring den nicht hierher. Das reint sich, ne? Leg mich grad mit ihm an. Das würde ich aber nicht tun. Das gefällt ihm nicht. Ja, das war... Lass mich weg! Die Pfeile, hat man die automatisch, oder? Ähm, Vorsicht! Ah! Ähm. Kann er mal nicht so schnell sich bewegen? Okay. Okay.